Hier ist vielleicht das Originalvideo, in dem wie Lu so schlecht wegkommt. Sieh es dir mal an, weil ich glaube, dass Ludmila es aufgenommen hat. Super! Damit können wir beweisen, dass es Ludmila war. War ich sicher, dass gemacht hat, diese Giftschlange. Du hast ihn herbestellt, um mich auszuliefern. Was meinst du damit? Ich hab ihn nicht herbestellt. Aber Papa... Ich habe die Polizei gerufen. Ich hab mich in dir getäuscht. Du bist zu nichts zu gebrauchen, nicht mal als Spitzel. Was soll ich sagen? Du bist also der Spitzel von Gregorio. Und hier habe ich die Resultate. Das Publikum hat gesprochen. Violetta, das Publikum gibt dir... ...einen. Plus 18 macht das 19. Sehr gut. Und damit stehen sie fest, die vier Halbfinalisten von Talente 21. Es sind Ludmila, Leon, Federico und Thomas. Den anderen danken wir recht herzlich, aber sie sind ausgeschieden. ... Vergeisirement. Vergeisarti. Wink. Vergeisank. Vergeis totalement. VergeisEst heads. Vergeis혹 Amanda. Vergeisburg. Vielen Dank.